Am kommenden Wochenende wachsen Zahl und Länge der Staus kräftig an. Es gibt kaum noch Strecken ohne Verkehrsbehinderung. In acht Bundesländern haben die Schüler nämlich Ferien und hinzu kommen zahlreiche Baustellen auf den Fernstraßen. Die Autofahrer müssen sich also auf dem Weg in den Urlaub mehr als bisher quälen. Starker Verkehr ist angesagt auf den Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee. Die A1 ist von Köln über Bremen bis Puttgarten stark belastet. Das gilt auch für die A2 Dortmund-Hannover-Berlin. Auf der gesamten Strecke der A7 ist von Hamburg bis Füssenreute stellenweise mit Staus zu rechnen. So auch auf der A9 von Berlin bis München. Im Großraum Hamburg, Köln, Berlin und München wird der Verkehr stark behindert sein. Eng an Eng stehen die Autofahrer auf der A3 von Oberhausen über Nürnberg bis Passau. Auch auf der A4 geht es vom Kirchhammer Dreieck bis Dresden sehr liebhaft zu. Der Stauklassiker ist nach wie vor die A5 von Kassel bis Basel. Staus sind zu erwarten auf der A6 Mannheim-Nürnberg und auf der A8 von Karlsruhe bis Salzburg. Engpässe gibt es auf der A9 der Umfahrung München und auf der A96 München-Lindau. Wer auf der A95 München-Garmisch-Partenkirchen und der A93 Rosenheim-Kiefersfelden unterwegs ist, der muss mit Verzögerungen rechnen. Auch im Ausland haben Urlauber längere Fahrten in Kauf zu nehmen. In Österreich sind es die West-Tauern-Inntal- und Brenner-Autobahn sowie die Rheintal-Autobahn und die Fernpassroute. In der Schweiz müssen die Autofahrer vor allem auf der A1 St. Gallen-Zürich, auf der A2 der Gotthard-Autobahn und der A13 der St. Bernardino-Route mit stockendem Verkehr rechnen. In Italien erlaubt der Verkehr teilweise auf der Brenner-Autobahn, der A23 Villach-Udine und auf der Strecke Verona-Venedig-Triest. Erkundigen Sie sich bitte vor der Abreise auf unserer Homepage über die Verkehrslage sowie die Verkehrsbestimmungen des jeweiligen Reiselandes. Dort gibt es zudem Infos, wie eine Rettungsgasse richtig zu bilden ist.